ok weiter geht es kann sein dass der nächste also vorige part ein problem hat ich konnte die kämpfe nicht raus schnell wegen camtasia das hat irgendwie das verhindert und es kann sein dass die kämpfe drin sind deswegen tut es mir jetzt schon leid dass die kämpfe dann drin sind und dass sie nicht rausgeschnitten aber was zum ich hätte sie gerne rausgeschnitten aber sehen wir mal vielleicht schaffe ich das noch das zu ändern die typen haben keine fortschritte gemacht die konnte und solche flaschen nur die dringend aus abnehmen das frage ich mich auch holen wir uns holen wir sie uns zu schnell zurück ich verstehe immer noch nicht wie sie die dringend aus von den abgezogen haben hier findet eine z memo den schnarrn soll mal ein bisschen drin bleiben neue gegnersorte sehen wir mal sieht aus wie ein hustler way mysterio bäms und bäms vielleicht stirbt er jetzt auch so ein gohn so ein gohn du wirst immer kräftiger das gefällt mir ach ja die ganzen früchte wollte hier wollte hier jemanden geben die frucht sind gohn kraft so ein gohn herholungsfroß und gohn technik früchte und gohn er ist ein kind und er braucht seine vitamine so okay kenne ich diese gegnergruppe schon oder das andere nur anders verkleidet also anders andere fähigkeiten hier ist ein speicher punkt mein fernseher aber es läuft gerade nichts muss ich das verstehen erholungskapsel ok aber wie komme ich an die truhe ran ok was bist du für ein bär wieso spackt kämpfe bei dieser folge rum die 22 minuten lang ist nur wenn ich das schneiden könnte boah da wären das locker 15 minuten ok er lebt immer noch ist ein harter brocken boah ich muss zu viel trainieren bevor ich gegen vegeta ich kann locker jetzt vegeta besiegen aber bevor ich vegeta antrete will ich noch ein paar sachen machen so und so und so ich muss sowieso jetzt noch 44 level level für alle charaktere damit sie eine chance gegen brawly haben wenn die level 99 sind hat brawly keine chance er ist einfach secret boss und gegen ihn zu kämpfen wird das größte was passieren kann ich habe sie ja nicht umsonst gekauft oder neue gegnersorte sehen wir mal ob die jetzt sterben nein ich müssten die jetzt ja ich wusste es ok keycups jetzt set ok die haben wir auch noch nicht gesehen töten 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 und so und so und tot ich gehe mal den weg da runter achso glückskette ok dankeschön so und so so und so ein schaden von 3000 hat seine kriege explosionswelle gemacht wollte ich nur noch kurz erwähnen ähm ich sag dazu einfach mal nichts ich könnte dazu auch gar nichts sagen holangs nase schnüff schnüff sechs schätze so äh ninja sandal irgendwie keine lust auf zufällskämpfe ne ne max bohne lucky ball soll ich wetten jetzt kommt eine kugel und die laufen um ihr leben soll ich wetten was ist das für ein ort sieht aus wie ein spielpalast äh ein spielplatz ja das ist klar so sieht ein spielplatz aus was ist los krillin ich höre etwas da kommt etwas das ist richtig klischeehaft wollt ihr mich verarschen das ist nicht euer ernst oder ich verprügel eine kugel ok mir fällt irgendwie dazu nichts einmal aus da what the fuck ja ist klar die kugel kann ja angreifen hat ja nichts besseres zu tun ne wolfstern faust töte es mal das ist so ein ein komischer ist es ein boss oder was ist das und weg hoffe ich jetzt mal endlich so und so eisenreste nicht nicht schon wieder ey wie oft wollen noch bälle kommen geisterball ging am ball komm gut so ich hoffe es kommt kein dritter ball ich habe keinen bock mehr auch gegen bälle und so und weg komm verprügel ihn schnell 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 ok ball du wolltest nichts anderes ich lass dich einfach mal in die luft fliegen und hellengranate ich glaube das habe ich bisher nicht einmal gezeigt oder und weg hast du gerade deine kleinen kompane geholt oder was so so eisenreste und 10.000 oder 100.000 schon ja 100.000 oder was puh nicht schon wieder nie kann man entspannen ey ich wollte mich verarschen ich habe keinen bock mehr gegen kugeln eine goldene kugel leute eine goldene kugel geisterball ich mache gleich neo ich mache gleich die andere attacke ich habe keinen ok die hält mehr aus als die andere haben wir gerade einen schaden gesehen und die musik ist auch wieder so langsam böse anschlag ganz böse anschlag so ach komm ich gebe ihm eine chance und lasse ihn einfach mal gegen die am schuh kämpfen hat wohl nichts gebracht wolfster neofaust jetzt bist du tot verprügelt die kugel verprügelt die kugel verprügelt die kugel und gegen die wand mit dir und dann kam er mehr hinterher ich kann es noch leben stirb man ach komm stirb endlich puh auf dein gesicht du scheiß kugel eisenreste ist endlich vorbei hoffe ich jetzt mal was war das sicher etwas um aufzuhalten wir müssen sie einholen bevor sie shanglong herbeirufen ok geht klar aber erstmal richtig rum gucken ob da keine ich wusste es doch ich wusste es dass da irgendwie schätze sind da nicht mehr da oben auch nicht ok da habe ich alle hier aber ein schatz da unten fehlt mir noch speichern die mal nach langer zeit ich bin gerade aus dem kampf geflohen weil ich keinen bock mehr hatte alles untersuchen man kann nicht wissen was man hier findet rote er zieht ja gut so jetzt habe ich meine schatztruhe meine schatztruhe umfangsgürtel was für ein kürzel umfangsgürtel was für ein kürzel umfangsgürtel die heilen die gesamte tp und key heilen die sehr sehr gut so will man es doch haben um Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Parfüm Parfüm Du Scheiße, hab ich total vergessen, dass er das auch noch hat Und Nein Das ist Parfüm, verdammt Okay, wir sehen uns das nächste Mal